meckwart der aber den musikbox ja auch genau das ist auch eine glocke nennen so hallo und herzlich willkommen zur 314 folge von let's play minecraft w6 wir haben weil ich muss erst mal ganz kurz rechnen die ich muss wirklich rechnen jetzt bin ich so weit gelaufen jetzt die folge und das erste was du sagst Jo ich bin gleich mal mit rechnen also okay heute in der Folge wie ich nicht plus nun also da haben wir jetzt so weit aber alles war kann maximal irgendwelche Kisten noch hinstellen aber sonst fehlt eigentlich nix mehr am Montag kam die neunte Folge am Dienstag die zehnte am Mittwoch die elfte am Donnerstag die zwölfte am Freitag die dreizehnte heute ist ne heute ist nicht weihnachten ne weihnachten ist falsch weihnacht kommt special folge special ausgabe äh special nehmt alle mal eure zähne aus dem mund und sagt mal special nehmt alle schwecken wöcheln wöcheln ich gebaut der Kino hat noch die Anerkennung genau Speziale da wäre das wahrscheinlich von Minecraft folgen wo ja kann ich schon wieder mein Koffer zack 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 was zu der Rest fehlt noch was er wird seine Steinschaufel machen weil ich so ne ich habe Eisen nicht machen mit Eisenschaufel gut und ich esse was ich will nicht ins Dune sind rumfallen nicht böse gemeint wenn du das siehst so zack baum mal die Erde ab bloß nicht den Block unter uns das ist fatal achso ich wollte noch etwas einstellen schärin Schärin ich wollte noch den Block einstellen ruhig Norman deixar zack und stellen die werkbank mal dahin das kannst du gerne ausprobieren das hat nicht funktioniert das lied ist ein schönes lied ein schönes lied ein schönes lied so, Achtung laut das lied ist ein schönes lied ach nö äh, was hast du gesagt? du hast sowas gesagt kein Angst mehr ich hab manchmal so probier ich einen das stimmt so weit ist es bei mir schon auf die Uhrzeit klapsen klapsche so, jetzt ist es wieder leise und der Phenowee Fitness, mein gebautes gut, schaut's gut aus ach so, jetzt wollen wir hier noch Stein, dass wir das ja zu klöpfeln oder wir bauen uns schon mal eine Eisendor diese Unordnung hier wirklich liegt überall da direkt rum schmeißen hier alles durch die Gegend und bauen wir mal ein Hebel und diesen Hebel, den tun wir jetzt mal da draußen dran Hebel? Hebel, genau ich sag immer, nicht Hebel, ich sag immer Hebel das ist genau wie meine Oma, die sagt immer Gäste anstatt Geste das ist lustig, minimal zack was lasst du denn? nichts, ja? nein, ich habe gerade ein Kompliment bekommen und hab bloß ein lachendes Smiley zurückgeschickt und dann kam bloß das war ein Kompliment, du Arschloch denkst du auch? okay alles klar ach, wirst du so na, der Fino, im Schrank versteckt mhm, ich sehe alles ich kann mir ja bei mir einen Hohnstein ganz gut machen meinen großen, selbstbauten Kleiderschränken haha, das stimmt ja Begehbare Kleiderschränk, aber ich habe ihn gesehen ich kann mich daran an so manches Seen mit der Fino sehr gut so, das Dach ist jetzt offiziell fertig offiziell ja, da ich jetzt aber nur 6 Minuten aufgenommen habe äh, ja gehst du halt noch ein bisschen rumgucken, was die anderen gemacht haben ähm, wo ist denn der der Fino? ich bin hier aber nicht Spoiler ja, Kirche äh, achso na, ich komme jetzt mal zu euch hier ihr habt wahrscheinlich noch ein bisschen was gemacht nehm ich auch ja, ich komme auch mal rüber achso aber, oh ich kann savings noch nicht zeigen dann Spoilerst du achso, ichpraży schon oben du, 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 du hm das soll wohl erst am Samstag gezeigt werden nööööööööhööhn nööööööööööööööää… fertig sein vor der weihnachtsfolge genau dann passt das eh mit freitag die woche wird reich mit minecraft genau könnt ihr mich da mal ein bisschen rumführen ihren stern sehen können wir machen wir müssen irgendwie jetzt noch 15 minuten folgenmaterial zusammen suchen einfach einen blödsinn machen ich kann ja mal ein bisschen stimmung in der hand zu machen aber ich bin nicht so ein böse die ganzen thruhen so umändern ich bin in deutsch ja damals karussell den höhlen regt genau dann habe ich ja schon mal nachgebaut auf der in esmeralien sieht das moralien es war nicht eins zu eins aber es schaut fast genauso ja dass der schaut gut aus habe ich da oben da oben wo es die fackel und die rettung fackeln da habe ich rahmen und pilze gemacht naja kann man natürlich auch machen als rahmen und pilze ja so fliegenpilze eigentlich die rahmen ja da ist so ein blumenladen entstanden der heißt ja hier floras eisblumenorase genau dann haben wir hier einen kartoffelhelden zum essen genau hier eines der ersten sachen die er kann es noch aufschauen weil hier ist die technik offen und da kann man reinschauen sie sind es gewohnt die arbeiten im freien oben ja freie landhaltung ein gebäude was es letztes jahr schon gab zu weihnachten an das türenlabyrinth ist das ja richtig genau da gehen wir jetzt mal nicht rein dafür verirren wir uns wahrscheinlich verirren ja wir treuer aber nicht mehr so genutzt irgendwie wobei kann man sogar weitergehen für profis ist das mit eisentüren und druckblatt heißt das zu der suppenkasper der zum suppen genau genau den zordan gebaut hat genau da ist in der ecke das war das war schon zu sehen bei ihm alles ok hier ist eine hasenpfote schön und da ist immer geistlicher in der ecke der immer am tisch rum tanzt der schwebt bei mir ist es seitdem ich da bin ist da immer jemand ist ein gehobener geistlicher der schwebt nicht richtig da ist die küche da ist die küche genau der küche unten zutatenkiste in darunter schaust unter dem tisch diesen suppenkessel da ist eine gut bestückte alles für ragout quasi alles was man dazu braucht seitlich ist dann der aufgang hallo hier nein auf den tisch die puppen tanzen immer tisch ach da du bist bei mir wie ein schwarzer linie bei mir ich habe schädel drin das ist das wahrscheinlich ein bisschen anders es wird gleich nacht werden wahrscheinlich möglich möglicherweise möglicherweise ich gehe hier schlagen ich gehe mal schnell hier ja nämlich hier schnell hin wird sich aber sehr freuen jetzt schmeiß ich wieder alles weg du machst den kusten überall hin ungefähr die kusten alle außer dir auch nicht ja da wird sich sehr und wahrscheinlich sehr freuen so cedric wo bist du wir waren hier noch nicht fertig naja hier ist der raum der gemütliche zum mit städtischen großen sitzgelegenheit auch wenn die leute das ist von oben da ein bisschen hier nach hinten zuschauen beim eislaufplatz stimmt und laufen die kinder oben sagen die eltern da weiß ich nicht ob ich das gestern schon ob die aufnahme dann noch aktiv war oder nicht wir hatten ja irgendwas besprochen dass wir da mit boden reingehen irgendwie so so eine art genau das war genau autos guter quasi boots gut oder eis scooter genau hier ist der garten den kauf 2 angebaut hat höhlen garten genau da und die anis fleißig am märchen sie geht da regelmäßig kommen und erntet brav habt ihr den pack auch dass die pilze hier unterschiedliche grafiken haben also unterschiedliche höhen immer das ist immer zweiseitig irgendwie ja wenn man richtig steht ja siehst du wenn das licht angehen wenn ich so stehe schaut richtig aus schaue ich von der anderen seite drauf ist es falsch je nachdem von welcher richtung du schaust aber da ist halt der garten mit dem mega pilz monster mega mörder pilz so wird die folge heißen genau und überall zombies wahrscheinlich drunter und hinter die löcher wieder zugemacht hat die folgen titel schreiben sich von selbst richtig dann haben wir hier eine hütte das ist das ich lass die anima arbeiten ja typisch das ist durch nur diesen wohnhaus mit ofen bett oder sitz garnitur das gestern noch entstanden oder ich weiß nicht wann das gebaut wurde was achtung kripa sollten gehen ja stimmt wir sollten gehen ja der achtet nicht mehr oder jetzt jetzt schon ich habe keinen bogen mit jetzt ist er tot einmal drauf schießen weg rennen und können wir uns die gegenseitigen genau genau hier sind ja einfache wohnhäuser genau die wand teilweise waren die schon da quasi die waren nur komplett alles zugemauert sozusagen quasi wieder umgepäppelt genau hier sind genau damit miteinander wieder reden quasi das problem jeder hat hier gewohnt und keiner hat mit einem anderen geredet und hier ist ein wohnviertel das wollen wir nichts weil es mittlerweile auch bei zehren dann schon zu sehen war in der folge ja dass die aber schon jetzt durch land ist mit die wohnhäuser die zwar dann noch dazu gebaut hat schön schön wir einfach mal hier rein schön tisch sitzecke bett ist genau das sieht man sich hier das schaut super aus ja genau da auch so richtig mit kochplatten auf die öfen grün zeugs mit zeraden wird ja gekocht genau dann haben wir hier auch noch ein häuschen da wohnst du hast schon bewohner der macht den die blumen rein oder handelt mit schweinefleisch ganz schön steht er in der ecke ja genau das schämt sich gerade genau der hat das haus baut da guckt jetzt wieder in die ecke das schämt sich jetzt wobei sie sterben sind in dem für die haben wir eine andere religion hier also die haben wir nicht der steht schon schlange ja die wollte irgendwas machen ja die musste dass der dealer das schweinefleisch bringt genau ich sag's dir da ist noch ein häuschen also sie haben ja glaube ich so ein lager soll das darstellen ja okay für das fällt quasi das weizen drehen und so ja da kann die quasi ihre eigene ernte einfahren dann brote oder so draus machen so war man den holzhaus hier schon drinnen ich glaube nicht schauen wir da noch ein jetzt auch ein kleines regal wieder genau das ist ein bisschen größer da geht es noch nach oben da ist auch brot und weizen in der tor drin das dürfte hier so für die siedlung der in der siedlung die nahrungsquote sein kleines dachfenster genau stehen fenster dann fenster kleine rote blume genau da ist noch ein feld wir haben wir ja ein foto schnell ja genau da ist auch ein feld da geht es runter da wissen wir nicht ob irgendwas geplant war da hat sie uns schon gefragt ob das was wird genau hier ist der der bunt stand wo du gerade stehst da stehen auch schon alle auf der decke rum ich habe gehört der punsch da lecker schmecken ja also sehr wenn du schaust wie viele leute da rumstehen ja die die haben ja die die punsch töpfe so sagen so tonkrüge hier auf dem tressen stehen genau dann hier wird kakao angebaut der winter kakao ich höre nichts da ist halt auch wieder so häuser das ist auch eines der alten häuser ist auch schon letztes jahr gab quasi das erste mal hier war ja finde ich auch so mit den ecken quasi mit dieser kiste da ist sogar was drin dann das sind ja melonsamen genau der hat ein bisschen was ein paar äpfel ist das sonst was nö seitlich ist nix kann man wieder rausgehen oder weihnachtsbaum an sich genau denkt den kann man natürlich auch mal her zeigen ein großes das ist vielleicht nicht so der perfekte schauplatz aber hinten ist auf jeden fall auch mal zu zeigen genau die eislaufbahn natürlich aufbauen genau die dann umgebaut wird zum bootscooter noch boote machen weil das boot ist ja jetzt in der version 1.11 dass das schnellste fortbewegungsmittel auf eis also insgesamt und auf eis wenn man es auf eis stellt wo es in der werkbank sagt hast du ein boot in der boot ich habe immer ein boot eingesteckt ich mache mir mal schnell ein boot ich habe ein tropenholzboot mit ein tropenboot ich bin wieder da das war bei mir das manchmal ein fischenboot da tun wir jetzt mal das ausprobieren wie das funktioniert das telefon-handy der akku war ja gut zu wissen genau dann kann man das schon mal vorab kurz antesten bevor dann dieses richtige ding kommt mit allen zusammen das dreht sich richtig richtig lustig aber da jemanden gezielt zu erwischen ist eine kunst oder ich habe jetzt mal den f5-modus angewählt aber du merkst dass es wirklich sehr schnell ist ja es ist sehr schnell also viel schneller als eine eine bahngleise aber du kannst das nicht wirklich kontrollieren also ich habe da mein video gesehen der ist mit der bahn glaube ich dort zehn minuten gefahren und hat das mit dem boot innerhalb von einer halben zurückgelegt auf eis also zu sagen 1 zu 20 verschnellert sich das ganze macht auf jeden fall gaudi richtig weil was was schnelles macht immer auch spaß hier ist hier achterbahn wenn man sich dreht da immer immer so jetzt gedrückt hält ich triffte immer noch ab es ist wirklich sehr schwer hier zu steuern darum sage ich als fortbewegungsmittel am eis nur bedingt zu empfehlen wenn ich mich jetzt hier drehe weil kurven kannst du nicht wirklich gezielt fahren damit ich bin ich bin gerade im schleudertraum es geht immer schneller es wird nacht langsam es wird nacht es wird nacht so ist mir unter vom eis und aussteigen sehr schön und was sagt der aufnahmeleiter wie lange muss noch auf sendung bleiben da ja ich würde sagen das war es so ganz überraschend na ich wollte eh nur die eine folge aufnehmen so circa 20 minuten und das ist ja jetzt sozusagen passiert nur ganz schnell den sonnenaufgang abwarten und ein schönes foto machen der defino kann aber so stehen bleiben ich stelle mich auf die platte sowie du ja kommt die sonne geht gleich auf ich sehe sie schon ja super und sagt sagt sie ab dann machen wir noch so ein foto wie ich glaube ich habe ein blumenbiom gefunden super einsame spitze oh meine lieben freunde ich werde dann jetzt hier vom unskopf-server gehen vom server und werde mich auf die reise begeben wieder zurück ins ferne ferne wenzlern und dann in ein paar stunden wieder loszureisen ins ferne ferne land server um wieder hier zu sein genau genau ist ja die letzte folge vor weihnachten quasi das heißt morgen ist die große special weihnachts folge geheime geheime dinge also sollen alle bei dir auch reinschauen und bei allen anderen ja dann mal sehen ob das klappt haben wir noch was zu sagen tschüss tschüss genau dann bis morgen ich wünsche euch einen ein wunderschönen vierundzwanzigsten advent schon mal am morgen mein lieben freunde am vierundzwanzigsten advent ja am vierundzwanzigsten sehr gut am vierundzwanzigsten Dezember ja vierundzwanzigsten advent das wäre da wo wären wir dann wahrscheinlich schon im märz oder 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 noch mal mehr ja märz oder na eigentlich schon im juni ja das stimmt das ist schon vorbei okay am vierundzwanzigsten wo am morgen wünsche ich mich nicht noch einen schönen Tag viele geschenke viele geschenke genau 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 froh Weihnachten und nur noch viel Spaß hier beim Weihnachtsbaum schmücken und so weiter und so weiter und so weiter genau tschüss tschüss tschau tschau bis morgen Chen